Der Boy ist Benny Hane Du siehst aus wie ein richtiger Daniel Düsent wie ein Täter Na na, na na na, na 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 Mutte, du hast mindestens 5.003 und den Stiefeter Na na, na na na, na 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 Bruder, ich weiß nicht, ob es dir schon irgendwer irgendwann einmal gesagt hat, aber Du lispelst so heavy, du könntest Trees als Bruder, Sohn, Neffe, Onkel, Opa oder Vater sein Denn genauso hörst du trottelig an und aus als Double in der Quali gleich den richtigen Mann Doch ich find das süß, wie er für dich den Rauch top schränkt Und du derweil in deiner Hook mit den S-Lauten kämpfst Aber um dich durchzusetzen, fehlen dir Wichser die Eier Schmeiß dich easy raus und sing danach, vergib mir Leier Und im Nachhinein glaub ich, dass dein Name zu dem Lied passt Sunnys Fans haben meistens Spaß auf dem Spielplatz Du hängst mit Leuten wie Gladius ab Das find ich schon ein bisschen franklich Dass dich das nicht gerade sympathischer macht Brauch ich dir wohl nicht sagen Doch ich bleib diplomatisch Komm schon, werd man nicht gleich so panisch Im Vergleich zu deinem Sprachfehler und ne Piercing an der Lippe Ist das Ganze gar nicht so tragisch Du siehst aus wie ein richtiger Daniel Dösen-Trieb-Täter Na na, na na na, na 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 Mutte, du hast mindestens 5300 Stiefväter Na na, na 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 Und du bekommst ein paar Punkte, Gegenteil von Du bildest dir was da drauf ein Doch der war abgesehen vom Video Letztes Jahr auch einfach gar nicht mal so geil Aber das ist scheißegal, denn für dich reicht's Du klingst wie die Ente, doch schreibst niemals gute Lines Ist mir höchstens gefährlich, wenn es schneit Denn du sollst an Bauer noch 5 Mal Scheife und dein Nix in Zug ein Kneis Eliam Beckert über Mutant Soaks Da frag ich mich, hat er seine eigene Runde mal geguckt? Hat er? Da sieht und hört man einen krass verkrampften Nerd Der sich für überlustig hält in seine Pornhub-Shirts Fühle mich wie Dr. Dolittle Warum? Denn ich spreche zu nem Hund Aha Vielleicht könntest du mal ganz normal reden Hättest du da nicht dieses Ding in deinem Mund Denn du klingst als kriegst du täglich mal in den Ast rein Ich bin Asphalt und du Asphalt 32 so die Dinge, nehm den Lauf Such dir mal einen Logopäden und dann ciao Du siehst aus wie ein richtiger Daniel Du sind liebentäter Na na, na na na, na 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 Mutte, du hast mindestens 5300 Stiefväter Na na, na na na, na 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 Das ist nur aus wie ein ganz cooles Nun so Sie sind ja die klingel Smsk Vielen Dank.